Ja, das ist ja ein ziemlich wilder August. Eine richtige Achterbahnfahrt der Energien, der Energiezustände. Also ich erlebe das zumindest so und auch viele in meinem Umfeld, die sehen das ganz genauso. Und eins ist mir nochmal so ganz klar geworden, es ist ja alles für irgendwas gut. Du wachst morgens auf und dir geht es großartig und dann auf einmal, ohne ersichtlichen Grund, ja, fühlt sich alles kacke an und du merkst richtig, wie so eine Wolke sich irgendwie vor die Sonne schiebt, innerlich, und du fragst dich, was ist da los? Das liegt einfach an dieser Anhebung der Frequenzen. Also kollektiv gesehen, und das heißt, das ist eben genau der Punkt, wir kriegen das oft gar nicht mit, wenn wir so wie ich jetzt zum Beispiel viel zu Hause sind und gar nicht so viel draußen unterwegs sind, aber selbst dann, wenn man also in seinem kleinen Kämmerlein ist, ist es so, dass man davon auch betroffen ist. Also die Energien im Außen werden angehoben, von der Erde, die Schumann-Frequenzen und so weiter, das wird beständig angehoben. Und was passiert? Wir fühlen uns scheiße. Und das passt erst mal vom Verstand her gar nicht zusammen, logisch, weil wir denken ja, wenn die Energien hochgehen, dann geht es uns super. Nicht ganz. Es ist so ein bisschen so, wie wenn du in ein dunkles oder halbschummriges Zimmer Licht anmachst und auf einmal entdeckst du, ach du liebe Güte, so viel Staub und so viel Dreck in den Ecken, da muss ich aber mal richtig ausmisten und sauber machen. Und so ist es praktisch auch mit der Energieerhöhung, Energieanhebung. Also wir können dann erst mal wieder Gefühle checken, gucken, was ist da in uns, was vielleicht noch im Dunkeln sich versteckt hat an unguten Frustrationen oder alten Themen. Und ja, das Gute ist, es geht relativ schnell dann aber und wir kommen wieder in unser Licht und in unser Strahlen. Ich bin gerade wieder im Strahlen und übe mich genauso wie du wahrscheinlich auch da drin und schicke dir von hier aus alles Liebe.